Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Tutorial. Heute werden wir uns über die Autokonfiguration und deren Programmierung in der Luxon-Konfiguration unterhalten. Viel Spaß! Ich habe mir eine Projektplanung schon einmal vorbereitet in meiner Konfiguration und werde euch nun die Schritte zeigen, wie wir eine Autokonfiguration durchführen können und wie wir damit arbeiten können. Das heißt, wenn ich jetzt meine Extensions und meine Geräte eingelernt habe, gibt es immer die Möglichkeit, in der obersten Leiste die Autokonfiguration ausführen zu lassen. Das heißt, hier wird nochmal erklärt, was genau getan wird. Weiter hier nochmal der Rechtshinweis. Dann kommen wir auf die nächste Seite. Das heißt, hier werden uns schon mal unsere Grundfunktionen in jedem Raum programmiert, sprich pro Raumtyp für die Beleuchtung, die Beschattung, Klima, Musik, Wecker, Raum verlassen und die Peripherie wird mir hier konfiguriert. Das heißt, wenn ich etwas nicht programmiert haben möchte, muss ich einfach hier den Haken rausnehmen. Was ich noch machen kann, ich kann mir auch meine Raumtypen hier nochmal unterschiedlich anmarken. Das heißt, wenn es für mich alles so passt, kann ich auf Weiter. Auf Weiter kommen wir dann zu den Komfortfunktionen. In den Komfortfunktionen werden hier die einzelnen Reiter für unsere Zentralseite programmiert. Das heißt, von der Alarmanlage bis zur Fensterüberwachung wird alles durch die Autokonfiguration schon mal grundvorprogrammiert. Wenn wir das jetzt alles ausführen möchten, klicken wir auf Konfigurieren. Dies dauert jetzt einen kurzen Augenblick. Im Hintergrund seht ihr schon, wie die einzelnen Peripheriegeräte sich in die Konfigurationsseite hier erstellen. Und nach wenigen Sekunden haben wir, wenn wir es mit Fertig bestätigen, die Autokonfiguration erstellt. Das heißt, eine ganz tolle Sache. Wir können jetzt hier auf den einzelnen Raumreitern, wir befinden uns jetzt im Wohnzimmer, sehen wir, dass schon eine Lichtsteuerung zum Beispiel hier komplett vollumfänglich programmiert wurde. Mit dem T5-Zuweisung, mit unserem Bewegungsmelder, mit der dazugehörigen Helligkeit und auch unsere Beleuchtungsmittel sind hier schon hinzugefügt worden. Das heißt, Doppelklick für Raumverlassen-Funktion, alles schon gemacht. Eine Besonderheit bei der Lichtsteuerung hier ist zum Beispiel, es wurden schon automatisch uns hier ein paar Lichtszenen vorgegeben. Das heißt, wenn wir es nachher unsere Lichtstimmungen über unseren Taster durchschalten möchten, können wir dies schon mal machen. Bei der intelligenten Raumregelung sind zum Beispiel alle Temperatursensoren und die Stellantriebe schon verbunden mit der dazu eingestellten Temperatur. Unsere Musikserverzone wurde schon automatisch verbunden, Mediensteuerung und die Beschattung natürlich. Selbstverständlich muss die Beschattung noch eingeladen werden. Das heißt, die Fahrzeiten müssen noch hinterlegt werden und was ganz wichtig ist, die Himmelsrichtung, sprich Parameter D für Direction, muss hier noch ausgefüllt werden. Wir haben noch viele andere To-Dos, welche uns auch hier durch diese orangenen Reiter gekennzeichnet werden. Wenn wir jetzt nur unsere To-Dos anschauen möchten, was wir noch machen sollten, können wir dies über den Reiter To-Dos-Anzeigen auch machen. Hier finden wir im Peripheriebaum unter Programm im jeweiligen Raumtyp unsere To-Dos, welche noch erledigt werden müssen. Das heißt, im Außenbereich haben wir noch ein To-Do, im Bad, im Flur, in der Garage und so weiter. Das heißt, wenn diese To-Dos abgearbeitet sind, können wir davon ausgehen, dass wir jetzt problemlos mit unserer Konfiguration in unserem Luxon automatisierten Gebäude arbeiten können. In der Auto-Konfiguration gibt es natürlich, wie gesagt, noch Themen durch die Notizen, welche bearbeitet werden müssen. Das heißt, hier zum Beispiel in unserem Kinderzimmer Auto-Konfiguration, hier müssen wir noch programmieren, dass das Licht bei Nacht nicht eingeschaltet wird. Das heißt, über eine Sonderlogik, über den Bewegungsmelder sperren zum Beispiel oder über einen Betriebsmodi mit dazugehörigen Bausteinen. In der intelligenten Raumregelung hier steht zum Beispiel Auto-Konfiguration, überprüfen Sie, ob der korrekte Temperatursensor angeschlossen wird. Das heißt, wir markieren uns einfach hier den Touch, das heißt die Temperatur, welche von unserem Touch Pure hier aufgenommen wird und können dann im Peripheriebaum schauen, Ist das wirklich der Touch Tree vom Kinderzimmer? Perfekt, das ist der, wir müssen hier jetzt nichts mehr machen. To-Do kann also über Entfernen gelöscht werden oder ganz einfach über Markieren, Rechtsklick und Löschen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel noch ein weiteres Gerät, egal ob Tree oder ES hier hinzufügen möchten, können wir dies ganz einfach über den Einlernprozess machen, das heißt über die Trier, die R-Gerätesuche und können dann wieder die Auto-Konfiguration betätigen und dieses Gerät wird uns dann an unserem Baustein eingeladen. Achtung, je besser ihr die Geräte in der Projektplanung beschriftet habt, je einfacher tut ihr euch hier in der Suche der Geräte. Das war also das erste Video über die Auto-Konfiguration. Im nächsten Video werden wir dann über die Zentralseite sprechen und auch über unsere Loxon-App. Viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal, euer Philipp. Bis zum nächsten Mal, euer Philipp.